SpaceX ersetzt Hitzeschild von Starship 30. Boosterlandung war laut Elon Musk zielgenau. Nächste Landung in der Starbase auf dem Startturm. Keine neue Starterlaubnis von der FAA für Starshipflug 5. Stokespace zündet vollständig gestuftes Triebwerk für Nova-Rakete. China testet langer Mars 10 für Crewflüge zum Mond. Die NASA wählt unter anderem Blue Origin und SpaceX für Quick and Dirty Mars Missionsansatz aus und eine vermeintliche Dekompressionskrankheit auf der ISS sorgt für Schock in der Space Community. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Viele Kommentare unter meiner Starship-Startzusammenfassung wünschten sich Bilder der Boosterlandung. Ja und SpaceX hat geliefert. Nicht vergessen, der Booster, den wir hier auf den Bildern sehen, der ist etwa 70 Meter hoch und wiegt bei der Landung etwa 200 Tonnen. Wir waren ein paar Minuten vorher gerade noch in über 100 Kilometern Höhe im Weltall. Es gab Bilder sowohl aus der Luft als auch von einer Boje im Meer. Das sagt uns schon einiges über die Landegenauigkeit, dazu aber später mehr. Nach dem Testflug ist vor dem Testflug, denn nun sind alle Augen auf den fünften Testflug in ein paar Wochen gerichtet. Wir hatten es schon vermutet, aber jetzt gibt es das staatliche Okay. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA hat bestätigt, dass IFT-4 innerhalb des genehmigten Rahmens lag, sodass keine Unfalluntersuchung erforderlich ist. Einem erneuten Starship-Super-Heavy-Start von der Starbase in Texas steht also behördlich nichts im Wege. Was eventuell etwas Papierkram erfordern könnte, die geplante Landung des Boosters innerhalb der Starbase, idealerweise auf den Mechazeller Chopsticks. Für so eine Landung am Startplatz, da könnte SpaceX möglicherweise eine Ergänzung zur aktuellen Lizenz benötigen. An Hardware für den fünften Testflug mangelt es SpaceX wahrlich nicht. Wahrscheinlichste Kandidaten für den fünften Flug, das sind Booster 12 und Chip 30. Hardware also, die deutlich älter ist als der erste, einigermaßen erfolgreiche zweite Testflug Ende 2023. Booster 12 und Chip 30, also keine Kandidaten für große Hardware-Updates aus den gewonnenen Flugdaten von IFT-2, 3 und 4. Booster 12 wurde bereits in der McGregor-Testanlage Kryogen getestet. Dementsprechend erwarte ich hier feurige Tests in den kommenden Wochen. SpaceX muss dafür den Starttisch, den sogenannten OLM, erneut startbereit machen. Nach Start 3 wurde hier viel erneuert. Wie viel Arbeit es jetzt nach dem vierten Start ist, das wird sich zeigen. Bei der Booster-Test-Kampagne ist aktuell also eher das GSE, das Ground Support Equipment, die Limitierung. Chip 30 ist da deutlich schwieriger zeitlich einzuordnen. Bei Chip 30 soll der Hitzeschild komplett überarbeitet werden, wobei es sich um temporäre Verbesserungen handelt. Und zukünftige Starship-Oberstufen, unter anderem die jetzt schon in Produktion befindlichen, werden die vorderen Steuerklappen ein gutes Stück weit auf den Rücken tragen, was das kritische Gelenk thermisch entlasten sollte. Laut Elon Musk wird der Hitzeschild von Starship 30 erheblich überarbeitet. Die Schutzkacheln sollen verstärkt und das sekundäre fließähnliche Schutzmaterial unter den Kacheln ausgetauscht werden. Spannend, wie lange das dann dauern wird. Auch deswegen, weil Elon Musk ja immer wieder betont hat, der Space Shuttle-Hitzeschutz sei doch nicht wiederverwendbar. Das hätte so lange bei der Wartung und im Austausch gedauert. Ich finde es sehr interessant, dass die Schutzwirkung des Sekundärmaterials möglicherweise eine ablative Schutzkomponente hat. Also ein Schutzmechanismus, bei dem das Material verbrennt. Ähnlich wie bei Dragon, Soyuz oder Apollo. Das wäre dann wohl kaum wiederverwendbar, könnte SpaceX aber als Abkürzung identifiziert haben, um möglichst schnell sowohl Booster als auch Chip nach Flügen heil wiederzubekommen. Das war ja der große Technologiesprung bei den Falcon-Boostern, dass man die Hardware wiederbekommen hat und dann halt wusste, was man genau optimieren kann und wie schlimm eigentlich die Belastung ist. Booster heil wiederbekommen, das könnte auch das Motto des nächsten Fluges werden. Zumindest wenn es dabei bleibt, dass SpaceX tatsächlich, wie mehrfach von Elon Musk erwähnt, den Booster in der Starbase auf den Integrationsunfang am Start, um den sogenannten Mechazilla-Jobsticks, zu landen versucht. Warum ein Booster erst im letzten Moment bremst und wie sich SpaceX die Mechazilla-Landung vorstellt, dazu verlinke ich dir meine Videos in der Beschreibung. Der Starship-Hitzeschild, der benötigt noch viel Optimierung, bevor er dann schnell und sicher vollständig wiederverwendbar ist. Das haben wir diese Woche auch durch weitere Tweets erfahren. Nicht nur die rechte Klappe, von der wir ein Kamerabild bekommen haben, hatte ein Hitzeproblem beim Wiedereintritt. Laut Elon Musk wurde die linke Klappe ebenfalls sehr heiß, war aber weniger beschädigt. Die hinteren Klappen, die schienen in Ordnung zu sein, basierend auf ihrer Auswirkung auf die Flugsteuerung. Aber auch sie haben wahrscheinlich einige Kacheln verloren. Ja, IFT-4 war ein Testflug und der ist gerade etwas über eine Woche her. Kommt mir nicht so vor, lasst uns das nochmal in Gedanken rekapitulieren. Schiff 29 und Booster 11, Starship Super Heavy, schwerste, größte, leistungsstärkste Rakete, die je gestartet ist, die ist am Donnerstag, 6.06. erfolgreich gestartet. Die heiße Stufentrennung, die verlief wieder problemlos und Booster 11 führte den ersten erfolgreichen Starship Boostback Band durch. Das Abwerfen des Hot-Staging-Rings von Booster 11, das klappte auf Anhieb und verringerte so die Booster-Massung für die Landung. Das war ein temporärer Fix und soll zukünftig nicht notwendig sein. Schauen wir mal, ab welchem Booster das Abwerfen nicht mehr notwendig ist. Viel wichtiger aber, der atmosphärische Wiedereintritt und dessen Steuerung mittels Grid-Fins, das gelang. Spektakuläres Booster heilert dann die sanfte Landung 20 Kilometer vor der Küste der Starbase im Golf von Mexiko, von der wir dann nun auch also die tollen Aufnahmen haben. SpaceX hat im Livestream angekündigt, sie werden eine virtuelle Landung versuchen, also eine Landung auf einem simulierten Turm, der aber im Golf und nicht in der Starbase steht. Obwohl die tatsächlich in der Starbase auch die Chopsticks bewegt haben. Über die Landegenauigkeit gab es dann auch Infos vom Chef. Nach Elon Musk gelang die Landung des Boosters im Ziel, wenn die Landung des Schiffs aufgrund eines Steuerklappenschadens ja um mehrere Kilometer versetzt stattfand. Beide Landungen waren aber sanft. Von der senkrechten Landung der Starship-Oberstufe hatten wir ja nur das verschwommene Kamerabild und bisher keine Aufnahmen. Vermutlich kann man Elon Musk Hinweis um mehrere Kilometer daneben, so deuten, dass wir da auch wohl keine Aufnahmen mehr bekommen werden. Das Starship, das fällt mit dem Bauch voran, im sogenannten Bellyflop, wie ein Skydiver mit der größten Fläche in Fallrichtung. Also wir fallen senkrecht durch die Atmosphäre und das erreicht dann so seine maximale Freifallgeschwindigkeit von etwas über 300 Kilometern pro Stunde. Ja und das bremst eben dabei nicht, sondern das macht dann halt die Atmosphäre. Erst im letzten Moment zünden die Meereshörneraptoren, um das Starship dann mit dem feurigen Hintern entgegen der Flugrichtung oder der Fallrichtung vor dem harten Aufschlagen abzubremsen und dann sanft zu landen. So sanft war das Aufsetzen für Ship 29 nach den Bildern zu urteilen nicht. Das Ding ist ja immerhin 50 Meter hoch und man erkennt schon optisch einen ordentlichen Rums. Aber die Fähigkeit, die ist da. Ja, abschließend würde ich sagen, das Start-, Wiedereintritts- und Landekonzept des Starships, das wurde mit diesem vierten Flug grundsätzlich demonstriert. Starship-Oberstufe weich im Meer, etwas womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte für diesen vierten Flug. Booster, das war schon so mein kühnster Traum, der für den Flug vielleicht in Erfüllung geht. Ship hatte ich aber auf gar keinen Fall auf dem Zettel. Ja, selbst während des Fluges, als dann die Steuerklappe abgebrannt ist, dachte ich, okay, das war's. Scott Manley brachte es auf den Punkt, der war nämlich auch mega beeindruckt, mitzuerleben, wie sowohl Booster als auch Ship trotz Hardware-Mängeln weich gelandet sind. Also die Software, die hat sich da an die Hardware-Mängel angepasst. Scott Manley kontrastiert das mit den Fehlschlägen bei Mondlandung in letzter Zeit, bei denen sich die Software ja nicht anpassen konnte. Das nächste unmögliche Ziel von SpaceX nannte Elon Musk auch die vollständige und sofortige Wiederverwendbarkeit einer Orbitalrakete. Das wäre der fundamentale Durchbruch, der notwendig ist, um eine multiplanetare Spezies und eine echte Raumfahne Zivilisation zu werden. Die Starbase aus der Luft von einem Helikopter aus zu besichtigen, den Wunsch konnte ich mir erfüllen. Dank meinem Kumpel Felix von WhatAboutIt haben wir nicht nur Bilder der neuen Startanlage aus der Luft, sondern auch Bilder des neuen Teststandes mit Flametrench in der Messies-Testanlage. Gut zu erkennen ist, dass ShipQD, also Quick Disconnect, die Verbindung, wo betankt wird, was eine Abschätzung erlaubt, wie hoch die Oberstufen bei Tests montiert sind. Die Distanz zum Boden lässt den Schluss zu, auch mit den vier Flanschverbindungen im Bild, da wird noch eine massive Haltestruktur aufgebaut. Einen Teststand für statische Feuertests des Boosters in der Messies-Testanlage, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Dafür würde ja im Prinzip ein gesamter Statisch nebst Tankfarm benötigt. Im besten Fall hat man für statische Boosterfeuerungen ja demnächst zwei statische zur Auswahl. Vorausgesetzt, ein landender Booster macht nichts kaputt. Wie auch immer die erste Super Heavy Booster-Landung in der Starbase ausgeht, runter kommen sie alle. Aufregend wird's so oder so und die Klicks, die sind SpaceX sicher. Fun Fact, die meisten Klicks bekommt Senkrechtstarter über das Handy, aber die größte Watchtime tatsächlich über den PC. Ich habe mit Opera einen neuen Internetbrowser ausprobiert und möchte euch ein paar Features vorstellen, die ich besonders gut fand. Mit der Video-Popout-Funktion von Opera, da kannst du zum Beispiel Webvideos aus dem Browserfenster lösen und sie an beliebige Stelle auf deinen Bildschirm verschieben, auch über andere Anwendungen. Das ist ein bisschen so wie in meinen Livestreams, wenn ich mein Bild so anordne, dass ihr die interessanten Dinge nicht verpasst. Mit der Popout-Funktion, da kannst du nahtlos im Internet surfen und gleichzeitig Videos genießen. Aber auch mit KI-Funktionen geizt Opera nicht. Dank des integrierten Area-AI-Chats in der Seitenleiste hast du immer direkt Zugriff auf schnelle und klare KI-Antworten. Und da die Funktion mit dem Web verbunden ist, bekommst du auch aktuelle Informationen in Echtzeit, wenn du, wie ich, sofort die Recherchen durchführen musst. Durch einfaches Hervorheben eines beliebigen Textes online kannst du sofort eine kurze Erklärung, eine tiefer Erkundung des Themas oder sogar eine Übersetzung erhalten. Besonders unterwegs ist mein Stresslevel gefühlt direkt vom Akkustand meines MacBooks abhängig. Der Opera-Browser bietet dir hier neben dem regulären Energiesparmodus die Möglichkeit, den Stromverbrauch weiter zu reduzieren. So kannst du länger surfen und musst dir weniger Sorgen um den Akku machen. Ja und das war jetzt nur die Spitze des Eisbergs an coolen Features, die dir der kostenlose Opera-Browser für effizientes Surfen bereithält. Ich habe es nicht bereut, probiert es einfach mal aus, den Link findet ihr unter dem Video. Eigentlich nicht die Top-News der Woche, aber passt am ehesten noch zum Starship-Blog. Es gibt aktuell nur eine andere Firma, die ernsthaft an der vollständigen Wiederverwendung arbeitet und das ist Stokespace. Letztes Jahr hatte ich über die Hop-Tests der vollständig wiederverwendbaren Oberstufe von Stokespace berichtet. Die muss aber auch irgendwie in den Orbit. Nun ist man dem Orbit einen Schritt näher. Stokespace hat erfolgreich sein gestuftes R-Stufen-Triebwerk getestet. Das verwendet wie das SpaceX Raptor ein Full-Flow-Staged-Combustion-Design, also gestufte Verbrennung für beide Betriebsstoffe und gasförmiges Eindrücken in die Hauptbrennkammer. Nach der Theorie ermöglicht das eine höhere Effizienz, vor allem aber eine längere Lebensdauer für die hochbelasteten Turbopumpen, was für die Wiederverwendung extrem interessant ist. Stoke will sieben dieser Triebwerke in der ersten Stufe der Nova-Rakete einsetzen. Stoke plant aktuell im Jahr 2025 mit orbitalen Flugtests zu beginnen. Wir sind gespannt, die Ambitionen sind für ein Raketen-Startup definitiv gigantisch, aber auch das bisher erreichte schafft Vertrauen in die Fähigkeiten von Stoke. Ich muss gestehen, ich benutze den Begriff Raketen-Startups etwas inflationär. Viele der Firmen haben ja hunderte Millionen eingesammelt und oder sind Börsen gelistet. Ja, auch wenn noch nie etwas in den Orbit befördert wurde, Blue Origin ist mit Sicherheit kein Startup, auch wenn es sich bisher hauptsächlich aus der privaten Portokasse von Jeff Bezos finanziert. Also da wird es jetzt wirklich spannend, ob es dieses Jahr dann den Erststart gibt. Schließlich darf man nicht vergessen, dafür, dass Blue erst noch zeigen muss, ob sie Orbit können, haben sie eine ziemlich beeindruckende Kundenbasis. Amazon Kuiper würde ich mal in die Kategorie linke Tasche, rechte Tasche packen, aber NASA, Mars-Mission und jetzt auch US Space Force Nutzlasten für die nationale Sicherheit der USA, das sind schon allerhand Vorschusslorbeeren. Wobei man natürlich einräumen muss, Blue hat die Creme de la Creme an Workforce versammelt. Die US Space Force hat nun also neben SpaceX und der United Launch Alliance auch Blue Origin für das National Security Space Launch Program ausgewählt. Die Verträge der Phase 3 des Programms im Wert von fast 6 Milliarden Dollar laufen von 2025 bis 2029. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, Blue Origin versucht sich ULA unter den Nagel zu reißen, würde man sich neben den Amazon Kuiper-Starts, die in den Büchern von ULA stehen, auch die Starts für das Pentagon sichern. Blue Origin soll ja bekanntlich neben SpaceX im Atmos-Programm auch Fracht und Menschen zum Mond befördern. Der Erstflug der New Glenn, der schickt im besten Fall auch mit Escapade eine NASA-Mission zum Mars. Das könnte nur eine NASA-Mars-Mission von vielen werden. Die NASA hat diese Woche 7 US-Unternehmen ausgewählt, um Out-of-the-Box-Konzepte für das Programm Mars Sample Return zu untersuchen. Ich hatte schon mehrfach darüber berichtet, eine der ganz, ganz großen NASA-Missionen, die droht wegen Überschreitung von Budget und Zeitplan zu scheitern. Ein neuer Ansatz muss her und das schnell. Kudos an die NASA, das so jetzt auszuprobieren. Der neue Ansatz, lass mal sehen, ob es die Industrie nicht schneller und günstiger kann. Die nun ausgewählten Unternehmen sind neben Blue Origin, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Quantum Space, Rocketdyne, SpaceX und Whiting Hill. Jede Studie, die wird mit bis zu 1,5 Millionen Dollar gefördert und die dauert 90 Tage. Dabei wird nicht unbedingt die gesamte MSR-Infrastruktur, also Mars Sample Return Infrastruktur beackert, sondern auch Teile des bisherigen Konzepts wie das Mars Ascent Vehicle, die Rakete, die die Proben von der Mars-Oberfläche dann in den Orbit befördern soll. SpaceX will wenig überraschend sein Starship für die MSR-Mission anbieten. Ganz interessant, das Blue Origin Team, das möchte Teile des Artemis-Programms nutzen. Neben den ausgewählten Industrieunternehmen führt die NASA ähnliche Studien im JPL und APL durch. Ich bin mega gespannt, was dabei rauskommt. Die ESA wollte ja eigentlich das Shuttle von Mars-Orbit zur Erde plus Wiedereintritt bereitstellen. Die bisherigen Planungen für die Rückführung der Mars-Proben könnte 11 Milliarden Dollar kosten und wäre erst 2040 abgeschlossen. Brisant daran, China wäre dann mit seiner nächsten Mars-Mission inklusive Probenrückführung im Falle eines Erfolgs definitiv vor der NASA mit Mars-Proben auf der Erde. Dabei kommt der Name roter Planeten eine ganz andere Bedeutung. Apropos China. Die chinesische Raumfahrtbehörde hat die Auswahl von 10 neuen Astronauten bekannt gegeben. Die neuen Astronauten werden im chinesischen Astronautenzentrum eine umfassende Ausbildung erhalten und nach zwei Jahren Basistraining dann für Flüge zur Raumstation Tangong in Frage kommen. Typisch für die chinesische Raumfahrt. Die Identität der neuen Astronauten hat man nicht bekannt gegeben. Das geht in China ja sogar so weit, dass bei Crewstarts die Öffentlichkeit erst einen Tag vorher erfährt, wer da überhaupt mitfliegt. Ich hatte die letzten Wochen schon darüber berichtet, dass das chinesische Crewprogramm für den Mond eine Landung vor 2030 avisiert. Besonders wichtig die Lange Marsch 10, die in zwei getrennten Starts sowohl die Mondlandefähre als auch dann die Crewkapsel zum Mond schicken soll. Die wurde nun laut CCTV in der ersten Stufe statisch Feuer getestet. Die Rückkehr der USA mit Crew zum Mond aktuell ja eher mit Verzögerung in den Schlagzeilen. Starship HLS und Axiom Mondanzüge sind ja noch Jahre von einer Mondlandung entfernt und auch das Orion Hitzeschild aktuell eher mit Fragezeichen als mit Ausrufezeichen versehen. Dafür läuft es hierbei international politisch besser als mit der chinesisch geführten ELRS-Initiative. Das NASA Atemus-Programm hat mit Armenien diese Woche ein neues Mitglied bekommen. Apropos Raumanzüge, die neuen Anzüge von Axiom und Collins, die sollen ja die aktuell immer noch verwendeten EVA-Oldtimer der NASA ersetzen. Diese Woche wurde ein geplanter EVA auf der ISS kurzfristig abgesagt. Nicht aus technischen Gründen, sondern wegen Unbehaglichkeitsproblemen. Ich hoffe, ich habe Spacesuit Discomfort Issue richtig übersetzt. Fand ich irgendwie lustige Vorstellung. Woran es lag, werden wir wohl nie erfahren. Zitat, die NASA ist laut offiziellem Statement nicht in der Lage, weitere Einzelheiten zu nennen, da die Privatsphäre des Besatzungsmitglieds gewährleistet werden müsse. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Astronauten mega empfindlich sind, was ihre medizinischen Daten anbetrifft. Medizinisch wurde es auf der ISS diese Woche zum Glück nicht, auch wenn der offizielle Funk im ISS-Livestream etwas anderes vermuten ließ. Eine Flugärztin gab Anweisung zur Behandlung eines Astronauten mit Dekompressionskrankheit. Sie empfahl, den Astronauten schnell wieder in seinen Raumanzug zu bringen und ihn mit reinem Sauerstoff zu versorgen. Zudem nannte sie ein Krankenhaus in Spanien für eine hypobare Notfallbehandlung nach der Rückkehr zur Erde mit einer Wassung im Ozean. War nur eine Übung. Die NASA betont, dass kein Teil der Simulation real war und die aktuelle ISS-Besatzung nicht Teil der medizinischen Übung war. Offizielles NASA-Statement, die Audiospur, die wurde versehentlich von einer laufenden Simulation fehlgeleitet und hatte nichts mit einem echten Notfall zu tun. Die Besatzungsmitglieder der Internationalen Raumstation, die befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Schlafphase. Alle sind gesund und sicher. Von der ISS gab es diese Woche Bilder aus dem All. Einer der kommerziellen Maxxer-Satelliten hat Bilder der Station aus dem All gemacht. Merkenswert auf dem Bild sind mit Soyuz, Progress, Cygnus, Dragon und Starliner gleich fünf unterschiedliche Raumschiffe. Von denen immerhin drei kommerziell entwickelt und geflogen wurden. Das bringt uns zum Boeing Starliner. Am Starliner wurde übrigens ein fünftes Helium-Leg gefunden. Aber die NASA betont weiterhin, dass das kein Problem darstellt, weil das Leck nur im Standby des Reaktionskontrollsystems auftritt und der Starliner über größere Reserven verfügt, als dass die Leckrate ein ernsthaftes Problem werden könnte. Zusätzlich zu den Helium-Legs wird ein Triebwerk des Reaktionskontrollsystems untersucht, das während des Flugs zur ISS ausgefallen war. Bisschen schade wirklich wissen, was das Problem ist. Das wird man nicht, da man das Ding ja nicht im Orbit auseinandernehmen kann und das Service-Modul in der Atmosphäre verglüht. Echter Vorteil des Dragon, der das gesamte System ja zusammen mit dem Start-Abbruchsystem wieder heimbringt. Wobei das natürlich bei der Menge an Hypergolen-Treibstoff auch echt ins Auge gehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Die NASA verschob das Abdocken des Starliners jetzt auf den frühen 22. Juni. Europa ist noch ein paar Jahre von eigenen Raumschiffen entfernt, aber immerhin gibt es mit den geplanten kommerziellen Frachtversorgern nun seit dem Ende des ATVs 2015 endlich wieder ein europäisches Programm dafür. Neben Talos Alenia wurde The Exploration Company ausgewählt. Die Exploration Company, vielleicht sage ich zukünftig TEC oder TEC, die Abkürzung geht einem dann doch besser von der Zunge, hat diese Woche ein Abkommen mit VAST zur Frachtversorgung der zweiten Haven-Raumstation abgeschlossen. Ein Haven, eine Oase, das sind die Schutzengel für Senkrechtstarter. An dieser Stelle sei allen Menschen gedankt, die Senkrechtstarter möglich machen. Ganz besonders möchte ich mich hier bei den Schutzengeln bedanken, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, die deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Woche war bis auf einen SpaceX-Starlink-Start von Cape Canaveral nix los. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am Dienstag, 18. Juni, Rocket Lab Electron von Neuseeland. Auch Dienstag SpaceX mit einem Kommunikations-Satellit für den Geo von Cape Canaveral. Mittwoch, 19. Juni, ebenfalls SpaceX-Starlink dann von Vandenberg. Und den Wochenabschluss, den macht voraussichtlich China mit einer langen Marsch 2C von Xi Cheng. An Bord ein Erdbeobachtungs-Satellit. Flexible Videoanzeige, fortschrittliche KI-Tools, Energiesparmodus. Opera stellt sicher, dass du effizient, kreativ und sorglos surfen kannst. Den kostenlosen Opera-Browser erreichst du über meinen Link unter dem Video. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, genau den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.